Oh Mann, oh Mann, ein neuer Tag in der Schule und ich habe ein neues Haustier von meinem kleinen Papa bekommen, weil ich bin nämlich auch klein, deswegen ist mein Papa und meine Mama auch klein und damit willkommen wieder zurück zu Babycraft. So, jetzt erstmal mit meinem kleinen neuen Haustier die Schule erkunden, das muss ich gleich den anderen Schülern in der Schule zeigen. Oh je, mal gucken, was die über mein kleines neues Haustier sagen werden. Hallo? Hallo? Oh, hallo? Hallo? Wer ist denn da? Guten Tag, hallo? Habe ich hier nicht gerade eben irgendjemanden gesehen? Hallo? Hier war doch gerade eben ein anderer Schüler. Ich möchte dir gerne mein Tier zeigen. Da! Hey, guck mal, da ist sogar jemand. Hallo? Oh, wie geht es dir? Kannst du mich hören? Guck mal, das ist mein Tier. Siehst du das? Hey, du! Hey! Der antwortet mir gar nicht. Und da hinten ist auch schon die Lehrerin. Jungs? 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 Wollt ihr hierher kommen? Ich habe euch extra Brote gemacht hier. Oh! Hallo! Brote? Hallo, ihr zwei! Hey, warum hast du mit mir gerade eben nicht geredet? Ich habe dir Hallo gesagt. Du hast mir gar nicht zurückgehebt. Wo warst du? Ich habe dich nicht gesehen. Ich war direkt vor dir mit meinem neuen Haustier, was ich mir heute geschenkt hat. Im Bus schlaf ich immer. Äh, was? Ich habe dich doch gesehen, wie du... Florian, bitte dein grünes Huhn mit. Alter, ist diese Lehrerin hübsch, wollte ich sagen. Oh, Misses. Sie sehen super hübsch aus. Misses Puff! Misses Puff, Alter. Hast du Bock auf Unterricht? Ich habe super Bock auf... Oh, nee. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Unterricht. Alter. Ja, komm, mach ich treu. Ja, Dings. Die Ferien sind zu Ende. Wir sind zurück in der Schule. Hier, hier übrigens das Brot. Das ist vergesst. Das Brot war zu... Ich habe das extra gemacht für die kleine Kamer. Die Wambu-Ferien. Die Wambu-Ferien. Die Wambu-Ferien? Die Rambo-Ferien. Da guckt man nur Rambo. Ah, da guckt man nur Rambo-Filme zu Hause. Ich zeig euch mal heute, was wir denn so tolles machen. Äh, Misses, 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 wie heißen Sie nochmal? Ich bin Larissa, ja. Ah, Misses Larissa, können wir doch vorbisschen... Haben Sie doch ein bisschen Essen dabei, bevor wir Unterricht machen? Ich habe ein paar Brote, für mich. Ach, sehr, sehr, sehr. Hier, Rommel, hier, das ist Düngemittel. Düngemittel für die Haare. Dünge? Oh, danke schön. Oh, dadurch werden meine Haare auf jeden Fall wachsen. Nicht rennen, nicht rennen. Frau Lehrerin, was lernen wir so heute? Wir werden heute erstmal ein bisschen im EDV rumsitzen. Frau Lehrerin, warum reden Sie wie ein Fisch? Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Hey, die redet wie eine Frau. Du darfst doch nicht mit der Frau nur reden. Du redest wie ein Fisch. Frau Larissa, Sie reden sehr äußerst vorzüglich, muss ich sagen. Bitte setzen Sie sich. Schleimer, Schleimer. Erste, erste Klasse. Oh, yeah. Ich setze mich ans andere Ende, weil der Typ da drüben stinkt. Was du stinkst. Wir sind hier heute im Biologie-Unterricht. Ich dachte, wir machen EDV. Hey, wieso ist hier World of Warcraft gestartet? Was, World of Warcraft? Call us right? Flo, Flo, GB, Rush B, Rush B, Flo, Rush B. Oh, warte, warte. Okay, okay, warte, warte. Er hat die PC abgebaut. Roman, guck mal, ich habe eine ganze Station hier mitgenommen. Roman, wir können LAN spielen. Hier. Was ist eine LAN-Party, Flo? Du hast hier einen YouTube-Manager aus, Joe? Guck mal, ich habe einen neuen Nintendo Switch. Warte, mal, ich mache mir auch drei Bildschirme. Hey, hey, das ist ein Schatzersatz, das hat mir mein Vater zu einem Oster gekauft. Frau Larissa, Sie haben einen Bildschirm von mir geklaut. Bitte geben Sie mir die Hilfe, wenn es geht. Oh, danke schön, danke schön. Frau Larissa, warum haben Sie eigentlich so einen alten Steinzeitbildschirm hier? Warte. Das ist cool. Was, das ist cool? Mit sowas bin ich groß geworden, Kinder. Hey, hier ist Minecraft installiert. Guck mal, Roman. Wo ist Minecraft installiert? Wer war das? Minecraft? Hier ist ein Esel. Ich habe Angst. Du hast halt echt Minecraft installiert. Ich möchte auch Minecraft spielen. Hast du das? Ich habe ein Chaos-Show. Ich spiele jetzt hier in der Ecke Minecraft. Okay, okay, Larissa. Okay, Larissa. Ich bin nämlich. Kriegt eins, kriegt eins. Heute ist der Unterricht. Wir bauen heute, wir machen heute frei. Nein, wir machen heute frei. Was ist das hier, was ist das hier, was ist das hier, was ist das hier, ich will spielen. Was ist das, Lehrerin? Ich habe keine Ahnung, was ist, oh. Ich habe keine Ahnung, was ist das hier. Frau Lehrerin, Sie kennen sich jetzt sehr gut aus. Oh, es tanzt. Oh, Frau Lehrerin, Sie haben sich jetzt zum Tanzen gemacht. Was passiert hier gerade? Was ist das? Es ist verhäst. Oh, Frau Lehrerin, guck mal, ich kann hacken. Was? Oh. Look what the visual is on. Oh nein. Warte, warte, ich werde es hacken. Oh mein Gott. Es ist, es ist, es hat angefangen zu meinen. Stopp. Stopp, stopp. Au, 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 au. Oh, stell dich mal in den Weg. Stell dich mal in den Weg. Ich stelle mich auch in den Weg. Warte, warte. Greift der einen an, wenn man sich in den Weg stellt. Und ein, und ein, au, au, au. Frau Lehrerin, was passiert hier? Oh mein Gott, stopp. Frau Lehrerin, bitte stopp. Das ist nicht gut. Frau Lehrerin, ist das richtig so? Sind Sie überfordert, Frau Lehrerin? Wollten Sie vielleicht ein anderes Fach machen? Okay, okay, okay. Roman, ich wollte mal sagen, ein Dance Battle. Was soll das? Guck mal, Roman. Roman, dance hier. Was ist das? Was mache ich hier gerade? Eine Tanzparty. Warte mal, konnte man nicht irgendwie so machen? Oh yeah. Ich dance. Oh yeah. Ich dance auch. Frau Lehrerin, könnt ihr auch danzen? Ja, Frau Lehrerin, wir tanzen besser von euch beiden. Ich glaube, ich habe hier gerade ein PC aufgebaut, oder? Einmal neu starten, hilft immer. Bitte? Warum piept das so? Bitte, ich glaube, das funktioniert so diese... Was? E-Pro, Grafikkarte? Turn-out? Mach's an, mach's an! Oh? Oh mein Gott. Ich hab so... Alter, Jungs, wisst ihr, warum das gerade eben war? Ich hab so oft auf den On-Schalter gedrückt, bis das selber abgestürzt ist. Oh, Lehrerin, war das jetzt gut oder schlecht? Das war sehr, sehr gut. Du kriegst von mir eine Eins-Plus. Hey, hey, was? Weil ich den Server... Weil ich den Server... Weil ich den Server gespeichert habe, kriege ich eine Eins-Plus. Weil ich den Server gespeichert habe, kriege ich eine Eins-Plus. Ah, nichts kannst du, Mann. Hier, ich kann's besser. Hey, guck mal, Roman, hier. Roman, ich brauche keine Bombe. So, hier, zack, zack, da rein, da. Oh, die Turn-On. Für Sie Unterricht? Oder schiff? Roman, explodiert! Nein, nein, nein. Ich hab den Prozess rausgenommen. Ich hab alles rausgenommen. Ich möchte nicht mehr, dass der Server abstürzt. Okay, Roman, ist das... Flo, nein, du darfst doch nicht rein. Alter, ist der Typ hässlich. Flo, komm mal her, komm mal her. Komm mal her. Das, meine Freunde, so sieht ein echter YouTuber aus. So brauche ich auch, so. Ey, yo, yo, komm mal her, komm mal her. Frau Lärin, haben Sie gerade voll her... Warum sind Sie gerade in einem Aquarium drin? Ja, genau. Komm, komm mit, Kinder, ich bin mir mal. Warum sind Sie gerade in einem Aquarium drin? Physik und Chemie, komm mit, komm mit. Physik und Chemie. Warum sind Sie in einem Aquarium? Frau Lärin, heißt das Chemie, Chemie oder Chemie? Das heißt Chemie. Ey, yo, lass. Flo, komm mal her. Willst du eine Festplatte? Festplatte? 25 Gurken. Ey, Frau Lärin, wir lernen hier hinten vor. Oh mein Gott, Roman, Roman, guck mal. Hinsetzt nun anschnallen. Roman, das hier ist eine. Kumpel, Roman. Roman, denkst du, wir können damit irgendwie einen Zaubertrank herstellen? Hinsetzt nun anschnallen, Kinder. Ey, was ist hier drin? Okay, okay, lass anschnallen. Ich hab Zaubertränke. Flo, Unterricht beginnt. Okay, okay, okay. Unterricht beginnt. Okay, 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 passt. Nein, das ist, okay. So, der Chaos, Flo muss vorne sitzen. So, Kinder, hier seht ihr einen Fisch, ja? Und was ist noch? Fischig? Nein, ich muss mir die Hände waschen. Roman, Roman, hier, Roman, hier, hier, hier. Hier, Roman, hier, Roman. Oh, ich wasch mir die Hände. Hier, Roman, hier, Roman, trink ein Krok zur Entspannung. Was ist das? Was ist ein Krok? Was ist ein Krok? Oh, ein Krok zur Entspannung. Oh, das tut... Alter, hey, aber... Oh, bist du gerade noch mehr? Nein, nein, ich trink ab jetzt keinen Krok mehr. Warte, 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 warte. Ich wollte euch eigentlich ein bisschen was heute machen. Schluss jetzt. Ich komme ja den Lehrer, damit ihr... Ja, genau. Geht ihr aus der Rand und Band? Ja, Frau Lehrerin. Frau Lehrerin, wir haben hier extra ein spezielles Gemisch aus Lidlwasser und allem. Du da extra Fischig gemacht. Ja, genau, genau. Wir haben Lidlwasser und... Kommt mal bitte, ich möchte euch heute... Ihr seid ja heute hier in der Schule, weil ich euch etwas beibringen möchte. Was ist das hier? Das hier, dort lebst du auf diesem roten Planeten. Und da hinten ist die Sonne, dieser blaue hier. Und... Warte, warte, wollen Sie mir jetzt gerade wieder sagen? Warte mal, Frau Lehrerin, wo ist die Erde, der rote Punkt in der Mitte? Die Erde ist der rote Punkt, ja. Und das da außen ist die Sonne, oder? Ja, bitte. Frau Lehrerin, mein Kopf dröhnt schon fast auf dem Wissen. Frau Lehrerin, das ist zu viel Wissen. Ich kann nicht mehr. Was soll ich denn da zu sagen? Wie sehe ich denn aus? Frau Lehrerin, vielleicht, wenn Sie mir einmal auf den Kopf schlagen, vielleicht hilft... Okay. Ja, schon besser, das ist schon besser. Oh nein, das war ein bisschen zu viel. Frau Lehrerin, mein einer Fuß ist gewachsen, oh nein, guckt euch das an. Frau Lehrerin, Robert, ich fühle mich gerade ganz komisch, Robert. Sie ist ganz normal bei mir aus. Robert, ich fühle mich... Ich fühle mich wie ein Football. Also es ist sehr, sehr schön, mit euch Unterricht zu machen. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt wieder auf die Lehrerin hören. Wir müssen auf die Lehrerin hören. Sehr gut, wer hat das Wasser angelassen? Aus. Ey, was? So. Also wir haben hier What a Fish, What a Fishery Dino. What a Fishery Dino. Warte mal, warte mal, Frau Lehrerin, warte mal, Frau Lehrerin. Hier, hier fehlt was. What a Lox. What a Lox. Ah, okay. Und wir haben hier ein Squidly-Doodly. Voll leer, voll leer, hier. Hier noch etwas spezielles Niedelwasser. Das gibt es einmal auf der Welt. Hier ist noch mehr und hier auch noch mehr. Und hier ist das allerbeste Getränk, Frau Lehrerin. Und das allerbeste Getränk. Das exakt grün. Grün für Niedelwasser. Das trinke ich nicht. Warum nicht? Das ist grün. Das ist für Frauen. Das macht schlank. Ja, genau, das macht, das ist ein Diät-Drink. Ein Diät-Drink, natürlich. Das ist der falsche Drink. Sie haben gerade Gift getrunken, Frau Larissa. Oh mein Gott, ich glaube, er verwandelt sich oder sie verwandelt sich. Frau Larissa, warum mache ich eigentlich Männergeräusche? Oh mein Gott, ich glaube, Larissa ist gerade zu einem Mann geworden. Kann das sein? Larissa? Frau Larissa? Haben Sie gerade eben einen Backstein gegessen? Ich habe gerade ein bisschen Gift getrunken, glaube ich. Frau Larissa hat gerade die ganze Mikroballer hier gegessen. Oh nein. Chaos, Flo, was ist denn mit deinem Kuchen? Das ist die ganze Fisten, wo wir das wissen. Okay, ich war dafür. Wir machen mal Pause, oder? Pause. Ja, wir machen jetzt raus. So, auch raus mit euch. Pause, Pause, Pause. Ich will was essen, ich will essen. Ich will essen, ich will essen, ich will hier. Dann entscheiden eigentlich die Schüler auf Pause. Alter, Roman, Roman. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Sie ist gestorben. Oh Mann. Die gute alte Lehrerin, wer kennt sie nicht? Stimmt die ganze Zeit. Alter, warum was hast du gegessen, bitte? Ich habe gerade einen Backstein verdrückt, Mann. Ganz... Oh, Larissa. Sie sehen so hübsch an dem heutigen Tag aus. Vielen Dank. Habe ich Ihnen das schon mal gesagt? Also ich muss schon sagen, ich als ein Gentleman. Ich habe schon richtig Hunger. Chaos Show, Schluss jetzt. Chaos Show. Ich bin schon ein großer Puppe-Büter, Schnitzlauch. Bei mir wurde gerade eben gesagt, oh oh, I pitch black, you're likely... Oh, was? Oh mein Gott, was ist... Was ist gerade eben passiert? Ich bin in der YouTube-Schule aufgewacht. Was? Roman, der alte Jenkins. Er war's, er hat uns verflucht. Der alte Jenkins war's? Was hat der alte Jenkins mit uns gemacht? Der hat so viele Alte-Items gehabt. Roman, ich warte, das war der Hausmeister, der uns gerade ein bisschen... Larissa, es tut uns leid, der Hausmeister hat uns gerade getötet. Ich will es. Wollten wir nicht heute noch ein Fach machen? Was sollten wir denn heute noch machen? Roman, Lehrerin, ich wollte essen, ich habe Hunger. Wir machen jetzt erstmal eine Minute Pause. Eine Minute Pause. Juhu, 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 okay, und wieder rein. Okay, und was jetzt? Roman, Roman, Hilfe, Hilfe, ich fliege. Warum fliegst du auf einmal? Raus aus dem Game-Mode, Chaos, Flo. Ja, raus aus dem Game-Mode. Flo, du bist zu einer kleinen Tarantel geworden. Aua, hey, nicht schlagen. Draußen, hey, draußen noch eine Prügelei. Roman, was ist das? Das ist ein Ender-Ment-Fettschwerner. Frau Lehrerin, ich will es was essen. Frau Lehrerin, bitte, ich will mal zum Buffet, geht zum Grafeteria hier, ich will was essen. Ich will auch was essen. Ich mache es sofort, was du essen, mit meinen Kühlschrank. Kochen Sie uns was? Ja, kochen Sie uns was? Ich kann bestimmt gut kochen. Roman, Roman, schau mal, hier ist so ein Auto-Mode. Chaos, hier ist es ein Kühlschrank. Aua, 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 Aua. Ich will auch vollen Kühlschrank. Okay, Roman, komm mit, Roman, komm mit. Wo sind Sie hier, Roman, bis jetzt? Also, ich mache euch jetzt erstmal was zu essen. Sie für Kinderchen, was ist denn das? Roman, ich habe richtig viel zu essen, komm her. So, wartet mal. Wo hast du viel zu viel? Komm, Roman, ich habe für uns eingekauft. Du musst nichts mehr kaufen. Aber ich bin aber schon in einem riesigen Lager, wo ich die ganze Zeit Äpfel habe, Mann. Hey, ich weiß gar nicht, Chaos-Show. Hier, erstmal für dich ein bisschen was zu trinken. Larissa, das ist doch für erwachsene Menschen. Das ist doch Alkohol. Warte, einmal was für dich, lieber Roman. Ein Küchenmesser-Set. Oh, das ist aber ganz schön nett von Ihnen. Das ist kein Küchenmesser-Set. Guck es dir an, was es ist. Oh, oh, das ist ein bisschen giftig. Oh nein, ich glaube, ich glaube, das ist ein bisschen was zu essen für dich. Ich fühle mich ein bisschen wobbelig. Oh, Larissa hat mir gerade tote Ratten geschenkt, die ich mir an die Decke hängen kann. Oh nein, Roman, ich glaube, das Essen tut uns nicht gut. Oh, oh, ich habe mich gerade vergiftet von den Ratten. Ich weiß nicht, Roman, komm her. Oh, oh. Bitte schön. Roman, Roman, ich bin hier. Oh, mein Gott, ich muss auf die Toilette. Ich muss, glaube ich, kotzen. Roman, hier, Roman, grog. Roman, du musst grog trinken, das ist Gegenmittel. Der Wunderricht ist doch nicht vorbei. Alter, mir ist voll schwindlig von der Erde. Ich muss auf die Krankenstation. Oh, ich war gerade kotzen. Mir geht es wieder gut. Ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich kotzen musste. Das war böse. Das ist so schlecht. Roman, komm mit, Roman, komm mit, Roman. Frau Larissa, wollen Sie aufkotzen gehen? Nein, ich muss nicht. Ich bin mit der Lehrerin sitzen. Frau Lehrerin, wir sitzen jetzt hier. Auf geht's. Ich habe Ihnen extra was mitgenommen. Erzählt ihr auf mir nicht. Nur die coolen Kids dürfen hier. Ey, ich trinke gleich ein Grog. Keiner wird im Gang getötet. Oh mein Gott. Nein. Keiner wird im Gang getötet. Das ist so lustig. Ich habe Hunger. Ich habe mir nur verbrannt. Hey, wo ich mein Essen. Ich will mir ein paar Außenbrot. Ich will mir ein paar Außenbrot. Ich trinke jetzt Grog. Ich habe dir hier etwas Brot mitgebracht. Es ist ein bisschen verbrannt. Es ist ein kleines bisschen verbrannt. Kleiner Herr Rohmann, ich habe hier Dings für Sie. Oh, ich werde hier richtig... Oh mein Gott, einer macht das stark. Oh, ein bisschen Brot. Frau Larissa. Alter, ich bin richtig groß geworden. Alter, ich bin richtig stark geworden. Hey, lass mal boxen hier. Alter, du kannst mir nichts an. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist denn das? Es gewinne gegen den Schulschläger. Okay, komm, jetzt habe ich meine Munkien rausgepackt. Hey, guck mal hier. Hey, sie hat den Schuh... Frau Larissa, der hat mich geschlagen. Frau Larissa, ich möchte mich ja jetzt entschuldigen, aber ihr Brot ist ein bisschen verkohlt. Mein Vater ist Anwalt, wir gehen vor Gericht. Ihr Brot ist... Mein Vater ist Anwalt. Hey, ich prüge mich wieder mit dir her. Hey, hey, Flo, komm her. Flo, Flo, komm her, komm her. Komm, ich schenk dir jetzt einen Kuchen und die Sache ist gegessen. Das sieht so schlimm aus. Ich zeige dich an wegen Körperverhetzung. Verhetzung. Hey, komm, machen wir das so. Ich schenke dir einfach eine Grafik, eine Festplatte und die Sache ist gegessen. Boah, Lirai, ich bin schon ein großer Pult wie ein Schnitzel jetzt haben. Kommt. Na, Schnitzel, wenn wir zu haben, ist etwa ein großer Junggutarbeit. Frau Lehrer, das ist so fad, die mag heimgehen. Herr, Frau Lehrerin, ich kann meinen Mitschüler nicht verstehen. Das ist der falsche Raum weg hier. Oh, was ist der richtige Raum? Was haben wir hier ab für uns? Ist das nicht schon aus? Ah, nein, das ist auch nicht der richtige Raum. Wo fehlt ihr drin? Was kann ich hier? Wer seid ihr? Wer sind Sie? Frau Larissa, wir laufen die ganze Zeit für alle. Das ist das Lehrerzimmer. Das ist das Lehrerzimmer. Hau mal, hau mal, hau mal. Sag, nein! Aber Frau Larissa, Sie haben mich jetzt hier hingesetzt. Ja, okay. Machen wir jetzt eine Besprechung? Wir machen jetzt eine Besprechung. Und? Frau Lehrer, mein Arm ist sehr groß. Er ist angeschwollen. Das ist so. Flo hat zu viele Klubzüge. Ey, Alter, guck dir, das war ein Flo trainiert. Beine nicht, weil man sie im Klub nicht liebt. Was bin ich, Roman? Ich bin jetzt in einem Bürstchen. Sieht komisch aus. Das sieht komisch aus, ey. Das sieht super komisch aus. Okay, Roman, warte mal, Roman, schlag mich mal. Nein, hier wird nicht geschlagen. Ich töte den Mitschüler im Lehrerzimmer. Alter, Roman, wirst du mich planen? Ich bin Gorilla, Roman. Alter, das sieht so schlimm aus. Alter, nein. Nein, das sag ich eigentlich mit der Mama. Ich töte meinen Mitschüler zum dritten Mal. Dann kriegst du mich nie. Also er war selber umgebracht. Ich kann nichts dafür, Lehrerin. Es tut mir leid. Ey, ich soll jetzt, Alter, das sag ich aus der Polizei. Macht das. Hey, macht das doch. Sag die Lehrerin einfach. Oh, Mann, Leute. Jetzt rech ich mich, ja. Jetzt kriegst du alles zurück. Alles zurück, du Mobber. Du mobst hier Leute. Frau Lehrerin. Stopp. Frau Lehrerin. Stopp. Es ist Schluss. Ist der Schultag vorbei? Es ist Schluss. Herzlichen Dank. Was macht ihr das? Alter, es gibt's richtig. Alter, du wirst mich nie wieder mobben. Tja. Oh mein Gott, was tut mir. Frau Lars, was so? Wieso reden sie gerade so komisch? Ich muss die Rüstung anvernehmen. Ah. Nein. Ist die sie? Stopp. Oh nein. Hier ist ein bisschen, alles ein bisschen explosiv. Nein. Ich werde die Schule retten. Oh, ich habe gehört, die Schule hat keine Backup-Versicherung. Das sollte ich lieber nicht machen. Hat es wirklich keine Backup-Versicherung? Die Schule hat wirklich keine Backup-Versicherung. Ich denke, das muss ich alles aus eigener Tasche bezahlen. Frau Lehrerin. Wann ist die Schule jetzt aus? Ist die Schule jetzt aus? Herr Aratzul, was ist das für ein Block? Es sollte schon vor einer Stunde Schluss sein. Raus aus meiner Schule. Alter, Flo, hast du mich gerade eben... Flo, hast du mich gerade Herr Aratzul genannt? Hast du gerade die Lehrerin getötet? Ich kann alles erklären. Es ist Schluss. Abends Schluss. Ich gehe ins Bett. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Ich habe keine Lust mehr auf Schule. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das war ein schöner Schultag. Wann müssen wir morgen da sein? Ich würde in der Folge einen Like geben. Morgen bist du um 1 Uhr abends da. Frau Lehrerin, was ist das Haus? Wir haben einen Like da lassen, oder? Nein. Ja. Okay, Leute. Das war auf jeden Fall Babycrub. Wir hoffen natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Mit dem riesengroßen Lars. Wollte mehr Babycrub? Lass du mir einen Daumen hoch da. Schau mir erst vorbei. Der hat auf jeden Fall weibliche Gene. Ja. Auf jeden Fall 100 Mal gestorben. Das heißt, die Folge kriegt 300 Likes. Jetzt reicht's. Du fackst nach so einer echten Stimme ab. Jetzt reicht's. Ich bin ein Mann und eine Furcht. Oh Mann, das ist das kein Lied hier schon die ganze Zeit. Auf jeden Fall. Ich hoffe, 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 ich hoffe.